Jeder von uns kennt solche In-Ear Kopfhörer. Doch keiner von euch kennen diese Kopfhörer. Diese sitzen nicht im Ohr, sondern auf dem Ohr. Das ist ganz besonders und ich werde sie euch zeigen. Das sind die TrueFree O1 Bluetooth Open-Ear Kopfhörer. Ich bin wirklich überrascht von dem Sound, denn die 16,2mm dynamischen Audiotreiber machen sich hier wirklich bemerkbar. Doch mir persönlich fehlt hier ein bisschen mehr Bass. Die eingebauten vier Mikrofone sind auch ganz in Ordnung. Die Laufzeit beträgt 10 Stunden und mit dem Ladecase insgesamt 45 Stunden. Das finde ich mega nice, gerade für Sportler, die lange unterwegs sind. Was ich sehr gut finde ist, dass man die Kopfhörer auf den Ohren absolut nicht wahrnimmt. Wie findest du die Kopfhörer? Der Link ist in meiner Bio.